Jo Freunde was geht ab und endlich geht es auch mit Österreich in die Europameisterschaft ich freue mich extrem und das werden wir together spielen gegen ja es gibt leider kein Nordmazedonien deswegen müssen wir Griechenland nehmen es hört sich blöd an aber ist leider so sorry Leute aber ja grüße Kleidl und herzlich willkommen da schauen wir noch Rumänien aus oh ja wir spielen heute in Bukarest oder ja Arena de Oro noch einmal zu 100 oh ja man alles passt FIFA 21 das ist Spiel Österreich gegen Griechenland es gibt Freundschaftsspiele da spürt man es ist einiges drin und das hier ist so eine könnte sehr interessant werden so Leute hier ist nun Österreich mit dem wir ja beide spielen werden geil ja ja schau 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 du billig den Blick auf ach du heiliger am schluss kommt der Gold von Österreich ja der einzigere Real Madrid-Player und es läuft gut von diesen Nordmazedonien vor nicht Griechenland alladies Griechenland ist drin aber kein einziger Balkanstadt sicher ja Kroatien ja Kroatien aber wir waren zu richtig Balkan Kosovo oder so nichts gar nichts äh mal äh Perwan Perwan dann haben wir Ulma Sadoop Dracović, Aleba und Lana dann haben wir Schaub, Krilic, Grill, Tischna ich hab schwör Savica und Baumgartner danke und im Sturm Onisivo Was willst du machen? Ich weiß es keiner Wir kennen ihn nicht Wo ist Anatovic? Lost, wir haben ihn verloren wir haben wir das die komplette Er scheint diese Frisur ist 1,2 von Kumano da? 1,2 oder 2,2 oder ich das? Ja wenn man die anderen nicht so kennt aber ja alle sind eigentlich richtig gut Abonniert den Channel gerne Leute aber scheiß drauf Lortmazedonien kennt sowieso kein Match Lortmazedonien Los geht's Leute wir spielen Halbprofi das ist ein bisschen schwieriger Das ist Savica Eigentlich müssen wir mit Österreich gewinnen Oh oh mein Gott Savica, was tut denn du da? So, verlagern Und ab Jetzt ist genug Platz da Ja es kommt ja nicht Ich hab wohl nicht mehr Man erfasst, es kommt Alaba ist da Alaba ist da Ja genau so Perfekt man Gute Warte Zirk Ja du bist jetzt schon durch Nein bin ich nicht Alaba Alaba Ich spiele mit einer Verteidigung Besser Mach Ja Nein 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 Warte kurz Ich mach kurz Ich geh auf Alaba Pass Woher Auf Alaba Ich schau drauf, ich geh auf Alaba Mein Absatz Tschi 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 Ich weiß, ich hab vergisst, wo Alaba steht Aber jetzt 1-0 für Österreich Grazie Grazie Nein Nein Du gehst doch nicht Ende Verteidigung Hauptplatz Herzlichen guten Was Oh ja jetzt hab ich Komm Herzliche gute Alaba Oh nein Wer hat uns wieder nachschneidt Puh Hammer Das Knobel So Leute Weiter geht's 17 Minute 1-0 Mega gut Ja schön Wenn es so auch in Wirklichkeit wäre Also das würde ich schon nicht feiern So ein Kombi-Spiel zu uns Skill Boah Du Loser Scheiße Oh mein Gott Komm schon Ah ja Ah da ist schon wieder keiner Wo ist unsere Verteidigung? Looking for Wanted Verteidigung Ja Ja Gott sei Dank So Komm schon Alaba Trenn Was ist kein Kombi-Spiel? Ich seh den Muchen, Alter Geht ja nix Das ist einfach Alter Come on, Mann Was ist denn los? Das ist ein Grinspring-Hip-Gerl Aber du Loser Ach Mann Volltunis Unser mazedonischer Hot-Spieler Boah Gute Art Gute Art Gute Art Ah, das ist guter-Drot-Camp Das ist unglaublich Warum? Ich hab ihn gestoppt, oder? Leiner ist gut da, fahrt den Linksverteiger Ja, das ist ein Grinspring-Hip-Gerl Ach, scheiße Ja, zurück Komm, jetzt kommt der Counter Ah, so ein Dreckspieler der Jusuf Demir Unisivo Zweiten perfekt Yes Endlich Nach 10.000 Versuchen, Alter Gott sei Dank Yes, Mann Herr Schaubred Er war der Das Wunderbillichter geschaut hat 2 zu 0 40 Minuten Das ist realistisch, Leute Das ist echt realistisch 2 zu 0 gegen Nordmazedonien Alles Griechenland Was? Alles Griechenland Scheiße, ja Einer der besten Österreichs Baumgartner Nein, das ist ein Baumgartner, der Blödsinn Baumgartlingo gibt's doch auch nicht, oder? Nein Wow FIFA, ihr habt es drauf Wirklich, ihr seid die beste Spielehersteller der Welt Oh nein Perfekt Pass mal vor der Ball Ich mach jetzt an Alaba Du musst an Alaba Flaschverteidiger Das ist doch schon ein Maus in Alaba Ich bin gehofft, ich hab Flatterer gekriegt Die Ballerballer Nein Weil er mir nicht gefällt Ahaha Wer ist der? Der hat den keinen mehr Der hat den... Das ist Sabitzer Sabitzer, der hat gespielt, oder? Ja, Sabitzer spielt links Link ist sehr toll Die Witterwarnung ist verarschend Ja, cool Was kommt ihr dafür? Was kommt ihr dafür? Das ganze Tag Komm, Lauf So, zweite Halbzeit Es wird spannend Griechenland... Ah, Neubarzelonen geht richtig, ja Die Ball ist wieder weg Aber Einen Ball auf Komm, wir brauchen dich Dummer Hurensohn, Digga Genau Wie komme ich sonst so ein schlechter Spiel aus der Ankommen Nein, ich renn her Ja, das ist Österreich, wo das Wort ist Ja Wahrscheinlich rennt er so hebert Nein, nein Da kommt der Konter Da kommt der Konter Genauso ein Stimmen als Österreich Mensch Genau so Das ist ein richtiger Versauger. Komm Alaba, wir machen es nicht vor. Er liegt schon vier Stunden. Ich will mich rumschlägen. Geht schon auf. Ach du das heilige Scheiß. Keine Rolle. Ach du heilige Scheiß. Wie kann man das aufregen? Es steht dran. Kontrolle Connection Lost. Pass auf deinen rechts Domen. Hallo, pass auf den Aufschloss. Ja genau. Er war schon wieder zurück. Ach Mann, Hirst. Was soll denn die ganze Scheiß da? 2, 2, 3. Oh ja, suchst du immer welche vor. Der nächste, Alter. Die halbe Mannschaft hat schon gehört. Nein. Das ist so lächerlich. Mann, er läuft eine vierte Stunde. 1 Meter entfernt den Ball noch. Und schafft es nicht diesen Scheißball zu holen. Was bist du? Ah, die Gegner haben richtig ausgetauscht. Du dumme Huren. Stell dir vor, dass wir eine Mazedonien flaggen. Nein. Das ist so. Das ist so. Wie kriegt den Ball denn nicht mehr aus der Verteidigung? Geht schon, wir rennen zu zweit. Ich bin rechts vorne. Warte, Alter. Das einzige Viecher aus Österreich. Ja, geht schon. Ja, geht schon. Wir müssen wieder verteidigen. Wir müssen wieder verteidigen uns machen. Die kurze Variante. Ich weiß nicht, was ich vorher gehabt habe. Das ist vorher. Ich wollte durch rein, aber es hat keiner der nötigen Skill dazu. Oh, jetzt kommt gleich der Karte. Ah, das ist auch noch mal schnell. Diese Nordmazedonien so verdammt schnell. Das ist ja nicht normal. Da kommt das 3. Ja. Gar nichts dafür. Sobald er den Ball gehabt hat, war er wieder weg. Da ist die Flanke ins Zentrum. Wow. Wow. Pavlid did this. Wow. Mega. Niedergefallen worden. Yes. Gute Wort. Sabitzer. Ein richtiger, ein guter Mann. Ja, das spielt er in Deutschland. Kann man dann anders sagen. Ich glaube, das sind vielleicht 10% die, die in Österreich spielen. Ein bisschen fällt mir der Nortovic. Diese Mannschaft. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wow, mein Gott, du warst er gut. Ja, ist ja schon vorbei. Jetzt bin ich Alaba. Ich bin nicht mehr mit dem Morosso. Nein, das ist der Verteidiger. Dragovic. Pass. Perfekt, Alaba. David Alaba. Ja, Alaba, warum? Mann. Er macht den. Und wie. Yes, Mann. Richtig gut. Super, Leute. Das war's. Oh mein Gott, was für ein Match. Alaba, das Pick des Targets. Das war's. Yes, Mann. Tor-Linient-Technik. Oh, yeah. Es geht aber noch mal los, glaube ich. Ja. Einmal anpfiffen. 5-2. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis, Leute. Abonniert den Channel unbedingt gern. Später wird sogar noch eine folgende Folge geben. Bis dahin. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Channel gern. Schaut gerne auf Insta vorbei. Links sind wie immer. Alle unten in der Bio und oben verlinkt. Bis dahin. Danke fürs Zugucken. Ciao. 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 Ciao.